Die Börsen sind auf neuen Rekorden und viele sehen das natürlich sehr, sehr kritisch. Aber sind wir da vielleicht doch ein bisschen zu pessimistisch? Wir schauen uns heute einen einflussreichen Analysten an, der sagt, das alles ist absolut gerechtfertigt, weil wir kriegen jetzt nämlich einen neuen Wirtschaftsboom. Vor uns liegen die nächsten goldenen 20er Jahre. Split-Brain-Patienten, das sind Menschen wie du und ich, außer dass man bei ihnen die zwei Gehirnhälften getrennt hat. Das geht ganz einfach, man schneidet einfach den Gehirnbalken in der Mitte durch. Versuchen Sie das nicht zu Hause, aber das wird tatsächlich auch heute manchmal noch gemacht, bei schwerer Epilepsie zum Beispiel. Und die leben dann auch ganz normal weiter und fallen auch nicht großartig auf. Aber wenn Sie die im Experiment fragen, zum Beispiel glauben Sie an Gott, dann kann es passieren, dass die linke Hirnhälfte, wo ja das Sprachzentrum ist, dass die Ja sagt. Und der linke Arm aber, der ja verbunden ist mit der rechten Hirnhälfte, das geht da alles über Kreuz, und der zeigt auf dem Tisch auf die Karte und auf der steht Nein. Oder noch besser, jede Hirnhälfte sieht nur ein Bild, einmal ein verschneites Haus, einmal eine Hühnerkralle. Und die Versuchsperson soll dazu andere Bilder aussuchen, die dazu passen. In dem Fall sind es dann Bilder von einer Schneeschaufel und von einem Huhn. Aber die linke Hirnhälfte, die hat ja definitiv nur die Hühnerkralle gesehen. Und wenn man die dann fragt, warum haben sie auch noch die Schaufel ausgewählt, dann sagt die so Sachen wie, naja, ist doch klar, zum Hühnerstall ausschaufeln. Ziemlich weit hergeholt natürlich, aber da ist das Gehirn schon immer gut gewesen, was nicht passt, das wird passend gemacht. Und es ist dann eben nicht nur so, dass die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut, sondern sogar die eine Hirnhälfte weiß nicht, was die andere tut. Ein bisschen sind wir ja alle so. Wenn ich mal hier zum Beispiel die Finanz-YouTuber anschaue, viele. Also ständig geht ja die Welt unter, ständig kommt der Crash und das System kollabiert und so weiter. Und was ist dann aber die Konsequenz draus? Investieren Sie doch in gute, solide Aktien. Wie wäre es denn mit unserem Fonds? Das haut natürlich eigentlich nicht so hin, aber trotzdem, so läuft es hier. Und ich muss mich da natürlich auch selber an der eigenen Nase fassen ab und zu, weil hier geht es auch manchmal um Dinge, die problematisch sind oder die ich problematisch finde. Aber das hat dann jetzt auch nicht unbedingt immer die Konsequenz jedes Mal, dass ich sagen würde, jetzt bloß raus aus Aktien. Und vielleicht ist es ja auch besser so, weil, was haben wir hier in Deutschland, in Europa, in den USA? Rekordstände. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Und darum geht es heute eben auch mal darum, ob man das, was wir gerade haben am Markt, ob man das vielleicht nicht auch viel positiver sehen könnte, als man das oft tut. Einer, der genauso argumentiert, das ist Ed Yardeni, hier in einem Interview mit Bloomberg. Er war früher mal bei der Deutschen Bank unter anderem oder bei Prudential. Und er hat auch schon gearbeitet für die Fed New York und auch für das amerikanische Finanzministerium. Jetzt hat er seine eigene Firma seit vielen Jahren, Yardeni Research. Und er ist inzwischen ein netterer, älterer Herr, aber es hat schon Gewicht, das, was er sagt. Und am Anfang von diesem Jahr in der großen Barons-Umfrage, dem Ausblick, da hat er von allen befragten Analysten für den S&P 500 Index das höchste von allen Kurszielen gehabt, nämlich 5.400 Punkte und Ende 2025, da sollen es dann sogar schon 6.000 Punkte sein. Er sagt also, wir sind in einem richtig schönen Bullenmarkt und das auch aus guten Gründen. Und hier hat er eben auch mal zwölf Gründe dafür ausgebreitet. Wie sieht er das alles? Erstmal, er stellt fest, die US-Wirtschaft steht noch sehr gut da und das stimmt ja auch bis jetzt. Jetzt alle haben immer gesagt, die ganze Zeit, das Wachstum wird da stark zurückgehen, aber so war es dann nicht und es werde auch nicht so kommen. Und die Bonds und die inverse Zinskurve und das alles, die würden das auch nicht signalisieren, sondern die würden jetzt einfach nur signalisieren, dass man am Markt eben davon ausgeht, dass die Zinsen jetzt wieder fallen und sonst gar nichts. Und das kann man auch so sehen, das ist durchaus schlüssig. Und er sagt auch, das Wachstum wird eben auch hoch bleiben in den USA, weil dem Großteil von den amerikanischen Verbrauchern, denen geht es immer noch gut. Nicht allen, aber vielen. 86 Millionen Haushalte haben zum Beispiel eine eigene Immobilie und davon sind 40 Prozent sogar schon komplett abbezahlt. Und das Gesamtvermögen der Amerikaner, das würde bei 151 Billionen Dollar liegen und damit könnten die eben in Zukunft auch investieren am Aktienmarkt, aber vor allem sie könnten auch noch viel konsumieren. Und gleichzeitig ist ja auch der Arbeitsmarkt immer noch stark in den USA und die Unternehmen suchen händeringend nach Arbeitskräften. Das heißt, die Kaufkraft wird auch in Zukunft hoch bleiben. Dann sind ja die Unternehmen selber auch immer noch ziemlich profitabel, hoch profitabel und es gibt ja außerdem in den USA auch einen Investitionsboom im Moment dadurch, dass viel Produktion da gerade ins Land zurück verlegt wird. Und die Sektoren, die nicht boomen würden, denen wird es aber auch bald wieder besser gehen, weil die werden dann davon profitieren, dass die Zinsen bald wieder fallen. Die FED kann die Zinsen wieder senken, weil die Inflation ja wieder zurückgeht und es habe sich eben auch gezeigt, die Inflation war eben doch nur vorübergehend. Sie fällt, ohne dass die Wirtschaft dafür schrumpfen muss. Es ist also alles viel besser als erwartet. Und was aber das Beste ist, sagt Etiadeni, wirtschaftlich kommt jetzt eine sehr gute Zeit auf uns zu, sehr wahrscheinlich, auch wenn es vielleicht im Moment nicht so aussieht. Jetzt kommen nämlich wieder die goldenen 20er Jahre, so wie es im letzten Jahrhundert auch schon gewesen ist. Und in den USA, da hat man die ja sogar die Roaring Twenties genannt, die dröhnenden, brüllenden 20er. Ein Boom, ein Rausch, eine Party. Und das soll jetzt auch wieder kommen. Warum? Wir haben jetzt auf breiter Front künstliche Intelligenz. Wir haben aber auch Dinge wie Robotik, wie Automatisierung und so weiter. Also ohne Ende technologische Umwälzungen. Und das, das wird jetzt die Produktivität stark steigern. Zurzeit wächst sie in den USA nur so um 1,8% pro Jahr. Aber am Ende vom Jahrzehnt, da wird sie bei plus 3,5% plus 4,5% liegen. Es wird dadurch einen richtigen Schub geben. Und dann wird man zurückschauen und sagen, wer hätte das gedacht? Und vor 100 Jahren sei es ja übrigens auch so ähnlich gewesen. Am Anfang noch die Folgen vom Ersten Weltkrieg und von der spanischen Grippe, was ja auch eine Riesenpandemie war, ähnlich wie jetzt die Covid-Pandemie. Und jeder hat damals natürlich gesagt, was für üble Zeiten. Aber umso stärker war dann eben die Erholung. Und auch damals hat es viele technologische Fortschritte gegeben. Autos, das Radio, neue Produktionsmethoden. Das hat dann eben den Boom produziert damals, obwohl es vorher auch keiner geglaubt hätte. Also insgesamt eine sehr, sehr positive Einschätzung von ihm. Und wenn das alles so ist und alles so kommt, dann kann man als Anleger wahrscheinlich auch mit gutem Gewissen sagen, klar sind wir in einer Rallye und sehr wahrscheinlich wird die auch noch weitergehen. Aber einfach so stehen lassen kann ich das jetzt natürlich nicht, weil dann wäre das, was ich sonst hier oft sage in meinen Videos, das wäre dann ja irgendwie auch sinnlos. Jetzt die, die meine Videos kennen, die wissen das, die diese bis jetzt noch nicht gekannt haben. Da würde ich mich freuen, wenn sie in Zukunft auch vielleicht öfter dabei sind, wenn wir uns öfter sehen. Hier geht es zum Kanal-Abo. Das erleichtert das Ganze ungemein und für mich ist es natürlich auch eine große Unterstützung. Was Etja Deni da sagt, viel von dem ist ja unwidersprochen. Da sagt ja keiner was dagegen. Die Inflation geht zurück im Moment offensichtlich und wahrscheinlich gibt es auch bald wieder Zinssenkungen und so weiter. Darum steigen die Börsen ja auch. Und die Amerikaner, die konsumieren auch noch fleißig, keine Frage. Und vor allem das US-Wachstum ist ja noch hoch. Man kann sich aber natürlich auch fragen, warum ist es denn so hoch? Die USA haben hervorragende Unternehmen, das ist gar keine Frage. Aber der eigentliche Grund dafür sind eben Schulden. Ich habe es hier oft und auch ausführlich behandelt. Wenn man so wie es war, zum Beispiel im letzten Fiskaljahr, wenn man eine staatliche Neuverschuldung hat von 7,5% vom Bruttoinlandsprodukt, die zusätzlich ja dann in die Wirtschaft geflossen ist, dann kann man sich gut vorstellen, wie es ohne diese zusätzlichen Schulden ausgesehen hätte. Ich bleibe bei meiner Behauptung ohne diesen zusätzlichen Schuldenstimulus. Da wäre der Zustand von der US-Wirtschaft jetzt ziemlich verheerend. Und das Ganze ist natürlich irrwitzig. Das heißt aber auf der anderen Seite ja nicht, dass es die nächsten Jahre nicht trotzdem ganz genau so weitergeht. Sowohl unter Joe Biden als auch unter Donald Trump, je nachdem, wer dann drankommt. Es sind beides notorische Schuldenmacher trotz Schuldenobergrenze, die sie immer wieder gerissen haben. Und wer ist schon gern derjenige, der seinen Wählern die Wohlstandsillusion wegzieht unter den Füßen. Es kann also gut sein, dass wir die nächsten Jahre dieses wundersame US-Wachstum immer noch haben und dadurch vielleicht auch immer noch starke Börsen. Nur es ist natürlich definitiv nicht unproblematisch, das Ganze. Was jetzt die goldenen Zwanziger betrifft, ich glaube, dieser Vergleich hinkt vor 100 Jahren nach dem Ersten Weltkrieg. Da war wirklich alles am Boden, zumindest in Europa. Und von da aus hat es sich dann ja auch wieder erholt. Aber heute in den reichen Ländern nach der Pandemie, da ist natürlich zwar auch das eine oder andere kaputt gegangen, ist klar. Aber das meiste ist eben doch mit einem riesigen finanziellen Aufwand gerettet worden. Und speziell in den USA, da haben die Leute nach der Pandemie ja mehr Geld gehabt als vorher. Das heißt, strukturell ist die Lage heute komplett anders als damals. Und davon mal abgesehen, es hat einen Boom gegeben in den Zwanzigern natürlich. Der war aber nur kurz. Und in Deutschland nicht zu vergessen, da war ja 1923 auch nochmal die Hyperinflation. Hyperinflation. Danach ist es dann wirklich aufwärts gegangen, aber eben auch nur bis zum Börsencrash 1929. Und danach war Weltwirtschaftskrise eine der schlimmsten Wirtschaftskrisen, die die Welt jemals erlebt hat. Das ist nichts, was man so wieder haben will. Und da hat dann eben auch der Technologieschub und der Innovationsschub damals nichts mehr geholfen. Und das Phänomen hat man aber leider oft. Man baut Stahlwerke, man baut Eisenbahnen und man denkt sich, wenn das alles erstmal dasteht, wenn wir das alles haben, dann geht es uns allen viel, viel besser. Aber das große Wachstum, das hat man meistens schon vorher, dann, wenn die Eisenbahnen noch gebaut werden. Und danach ist oft erstmal so eine Katzenjammerzeit. Bestes Beispiel die Dotcom-Blase späte 90er, 1990er Jahre, wo man ja auch gesagt hat, jetzt kommt Mobilfunk, jetzt kommt Internet. Das wird die Welt verändern und es hat die Welt auch verändert. Aber der Investitionsboom und die Börseneuphorie, die waren schon vorher und die sind ja von 2000 bis 2003 auch dann wieder in sich zusammengebrochen. Hier der DAX in der Zeit und die 20 Jahre danach, da war das Wachstum und auch das Produktivitätswachstum interessanterweise jetzt auch nicht so wahnsinnig hoch im Vergleich. Das hat verschiedene Gründe und sicher, man kann sich drüber streiten, woran es gelegen hat. Aber es zeigt uns schon mal, auch wenn man technologische Revolutionen hat, man kann daraus nicht zwingend einen Wirtschaftsboom ableiten oder einen Börsenboom. Vor allem dann nicht, wenn die Börsen sowieso schon ziemlich hoch stehen. Ich sage jetzt nicht, dass ich Recht habe und dass Ed Yardini Unrecht hat. Das wäre auch völlig anmaßend. Er ist eben sehr optimistisch. Ich und andere sind vielleicht ein bisschen weniger optimistisch. Wer Recht hat am Ende, das wird man sehen. Ich finde es immer gut, wenn jemand ein Szenario hat und wenn er es vorlegt, wenn es auch ausformuliert ist und wenn es begründet ist. Man kann immer was daraus lernen. Man kann das dann ja auch abgleichen für sich als Anleger. Man kann sich dann fragen, sehe ich das auch so oder sehe ich das eine oder andere vielleicht auch ein bisschen anders. Aber ich will kurz noch auf was anderes raus. Nämlich, im Moment, da hat man ja den Eindruck, die positiven Szenarien, die wir haben, die müssen ja definitiv die richtigen sein. Weil sonst wird es ja auch nicht so gut laufen an den Börsen. Und da stellt sich aber schon auch ein bisschen die Frage, sind es denn überhaupt Szenarien, die die Börsen antreiben? Das sollte man eigentlich meinen. Das ist die Lehrmeinung. Was soll die Börsen sonst antreiben? Ich würde aber behaupten, im Moment, oft ist es eben auch genau umgekehrt. Und es kommt erst die Marktentwicklung und dann kriegen wir die Szenarien geliefert. Und dann kommen plötzlich die passenden Nachrichten. Und dann sehen wir plötzlich alle hauptsächlich das, was diese Marktentwicklung dann eben auch bestätigt. Okay, das heißt, es muss einen Boom geben in den USA und in Europa, sonst hätten wir ja keine Rallye. Und China muss am Ende sein, weil sonst wäre da ja der Aktienmarkt nicht am Boden. Das sind jetzt nur Beispiele. Und in der Hinsicht ist der Markt aber manchmal schon jemand, der sich so verhält wie jemand, den man gerade den Hirnbalken durchgetrennt hat. Er hat gerade die Karte aufgedeckt mit der Schneeschraufel und er sagt dann, ja logisch, es passt doch alles zusammen. Aber das Einzige, was er wirklich gesehen hat, das war nur eine Hühnerkralle. Hühnerkrallen ein wichtiger Bestandteil übrigens von vielen Voodoo-Kulten. Und von daher passt es ja auch wieder bei Börsen und Voodoo. Das liegt ja jetzt auch nicht so wahnsinnig weit auseinander. Das ist für heute mal eine Botschaft. Szenarien sind gut. Szenarien sind immer lehrreich. Je mehr man davon kennt als Anleger, umso besser vereint. Aber man muss sie eben auch immer ein bisschen hinterfragen, weil irgendwann kommen dann eben auch mal die Fakten. Und das kann der Markt dann nicht mehr immer ignorieren. Und was die Hühner betrifft im letzten Video bei mir, darauf komme ich dann am Donnerstag jetzt nochmal zurück. Würde mich freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind. Vielleicht dann ja auch als Kanalabonnent. Danke schön schon mal dafür. Alles Gute Ihnen. Bis bald.